Herzlich willkommen zur ersten August-Ausgabe von dpt.tv aktuell. Wir setzen auch in dieser Ausgabe unsere Sommerreihe mit den Sommerinterviews fort, also Interviews, die wir am Rande des 29. Deutschen Präventionstages im Juni in Cottbus-Schossebus geführt haben. Und heute sehen Sie ein Interview mit Julia Finke. Julia Finke ist Sicherheitschefin bei der BASF mit dem Hauptsitz in Ludwigshafen. Und sie ist Initiatorin eines Projektes, einer Taskforce genauer gesagt, wo es um Maßnahmen geht gegen sexuelle Belästigung, gegen Diskriminierung und auch gegen Radikalisierung. Details wird sie gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Esther Richter, sie ist Projektleiterin dieser Taskforce, gleich im Interview darstellen. Beide haben auch einen Vortrag in Cottbus gehalten, den man dann auch auf unserer Webseite nachlesen kann. Frau Finke, erzählen Sie uns bitte von ihrer Taskforce. Wir bei BASF haben uns auf die Fahne geschrieben, uns dem Thema sexuelle Belästigung und Diskriminierung mehr zu widmen und dem Thema mehr relevant zu geben. Und deswegen war es uns eine Herzensangelegenheit, eine neue Taskforce ins Leben zu rufen. Die haben wir errichtet im Oktober letzten Jahres, 2023. Es sind ganz viele verschiedene Organisationseinheiten in der Taskforce vertreten. Einmal die Unternehmenssicherheit, die ich leite und bei der die Taskforce auch angehängt ist sozusagen. Wir haben unsere Compliance-Abteilung dabei, unser Arbeitsrecht, Kommunikation, Sozialberatung. Also es ist ein ganz, ganz bunter Mix aus relevanten Organisationseinheiten, um das Thema breit und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und aufarbeiten zu können. Und das Thema ist immer sexuelle Belästigung und Diskriminierung? Genau, das war die Initialfassung sozusagen. Und jetzt sind wir aber auf dem Weg, das Thema noch zu erweitern, um Komponenten wie Radikalisierung und Diskriminierung im Allgemeinen, nicht nur bezogen auf sexuelle Belästigung. Frau Richter, welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen, um sexuelle Belästigung und Diskriminierung zu bekämpfen? Wir haben mehrere Maßnahmen ergriffen, um das Thema sexuelle Belästigung und Diskriminierung anzugehen. Das sind nicht nach außen sichtbare Maßnahmen wie ein Reporting, Prozessverbesserungen, Rollenklärungen und dann aber das viel wichtigere Thema, dass wir eine Kommunikationskampagne gestartet haben, zusammen mit einem Programm, um Mitarbeitende und Führungskräfte abzuholen und dem Thema einfach mehr Raum zu geben, dass es besprechbar wird und damit auch Betroffene wissen, an wen sie sich wenden können, wo sie Hilfe bekommen und gleichzeitig aber auch potenzielle Täter auch verstehen, dass das Unternehmen es nicht toleriert und auch wirklich ernsthafte Folgen für sie haben kann, wenn sie der Meinung sind, dass sie Grenzüberschreitungen vornehmen können. Was uns vielleicht noch wichtig war in dem Zusammenhang ist, dass wir eben nicht nur bunte Plakate kreiert haben und die jetzt an alle Wände kleben, sondern wir haben wirklich ein umfassendes Begleitprogramm etabliert von Selbstbehauptungskursen, von Leitfäden für Führungskräften über eben Kommunikation und Online-Reportings und Online-Veranstaltungen, die unsere Mitarbeitenden besuchen können. Das heißt, uns war es wirklich wichtig, ein ganz breites Angebot zu machen für Betroffene, aber auch für Führungskräfte. Es kommt sehr, sehr gut an. Also es gibt ganz, ganz viel Dankbarkeit von allen Seiten tatsächlich. Ich bekomme so viele Anrufe, E-Mails, wenn mich jemand in der Kantine sieht, toll, dass ihr das macht. Es ist so gut, dass ihr es endlich aufgreift, dass das Thema besprechbar wird. Das ist tatsächlich extrem erfüllend, auch für einen persönlich. Gleichzeitig, und das muss man auch sehen, gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, die verunsichert sind. Was darf ich denn noch sagen? Ist das schon, ist der Witz jetzt schon eine Belästigung? Was ist okay? Wo ist die Grenze? Und ich glaube, da ist es dann ganz wichtig, dass man in den Dialog kommt, um diesen Dialog zu starten, um auch die Ängste dann wieder abzubauen. Ängste abzubauen, das ist ein langer Prozess und das ist nicht mit einem Mal getan, aber das ist das, was wir gerne erreichen wollen. Ich glaube, Ängste war ein gutes Stichwort. Wir wollen eben weg von Ängsten und Befindlichkeiten und Legitimierung hin zu gemeinsamer Handlungssicherheit. Und das ist so ein bisschen der Überbegriff auch, der über der Taskforce schwebt. Wie vermitteln Sie Ihr Anliegen? Wir haben Kurse sowohl für Mitarbeitende, um einfach erstmal zu lernen, wo ist meine persönliche Grenze und wie kann ich meine Grenze kommunizieren, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass ich jetzt selber wiederum Grenzen überschreite. Aber auch so, dass das Gegenüber auch die Grenze anerkennt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und Führungskräfte schulen wir darin, wie gehen sie mit einer Person um, die im Gespräch geführt ist, wie kann das Gespräch geführt werden, was ist da wichtig. Und für mich ist da immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass man versteht, jeder, der eine Geschichte hört, hat sofort eine Wertung im Kopf. Also ich habe die selber auch, ganz klar. Aber meine persönliche Wertung oder auch die Wertung der Führungskraft ist nicht ausschlaggebend, sondern das ist in dem Fall erstmal nur die Aufgabe der Führungskraft, es ernst zu nehmen, es anzuerkennen und zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt auf und wir gehen dem Ganzen nach, um dann sicherzustellen, dass wir auch belastbares Material haben, um zu sagen, ja, okay, da war wirklich eine Grenzüberschreitung und da muss man auch Konsequenzen folgen lassen. Das kann ich nur unterstützen. Ich glaube, es geht darum, dass bestimmte Verhaltensweisen, die früher vielleicht sozial adäquat waren, heute schon lange nicht mehr salonfähig sind. Und ich glaube, wenn man sein eigenes Verhalten betrachtet, dann muss man immer einpreisen, dass das nicht gut beim Gegenüber ankommen kann und unerwünscht ist. Und deswegen kann es nicht so sein, dass der eigene Maßstab gleichermaßen der Maßstab des Gegenüberes sein muss. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Awareness schaffen, dass man immer auch ein Stück über seinen eigenen Horizont hinausdenkt und darüber nachdenkt, wie kann es denn bei meinem Gegenüber ankommen? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Message ankommt und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingegangen wird? Also ich glaube, das Wichtigste war, dass wir unser Ohr in die Organisation gehalten haben. Das heißt, wir haben mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, um zu hören, was gibt es in der BASF, was ist schon erlebt worden, was wünscht man sich auch von der BASF. Und daraufhin haben wir die Kommunikation entwickelt. Und die Kommunikation selber arbeitet einmal über eine Posterkampagne. Da haben wir eine Mechanik gewählt, wo wir einfach typische Floskeln nehmen und sie entkräften. Also eine typische Floskel wäre, denn das ist hier eben so. Und die entkräftete Version, die dann drüber gedruckt ist, ist dann, das ist hier nicht mehr so. Und diese Sprüche hat aber jeder schon mal gehört in der BASF. Und das heißt, da ist ganz, ganz viel Wiedererkennungseffekt. Und jeder kann sagen, ja, stimmt, habe ich schon mal gehört. Ah, okay, und jetzt ist es nicht mehr so. Oder damit muss man hier klarkommen. Damit muss niemand klarkommen. Damit auch so ein bisschen der Appell, meldet euch, wehrt euch, lasst es nicht einfach über euch ergehen, sondern wir haben hier Möglichkeiten im Unternehmen, das Ganze auch zu stoppen. Aktuell ist das Projekt nur in Ludwigshafen aufgestellt. Wir sind aber gerade eben dabei, das dann auch international auszurollen, weil wir natürlich sagen, das Thema ist ein absolut globales Thema. Aber natürlich sind unterschiedliche Landesgesellschaften haben das Thema auch schon unterschiedlich stark bearbeitet. Dementsprechend ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, all das, was wir in der Kampagne entwickelt haben, werden wir jetzt überall global nur einfach übersetzen und schon funktioniert es. Das muss man auch nochmal kulturelle Themen berücksichtigen. Aber da gehen wir jetzt gerade, fangen wir an, in den Austausch zu gehen mit den Landesgesellschaften, um das dann entsprechend auch aufzunehmen. Und da vielleicht auch nicht vergessen in dem Zusammenhang, wir haben die Taskforce jetzt seit etwas über einem halben Jahr am Leben sozusagen. Und in dieser relativ kurzen Zeit zu einem so komplexen Thema haben wir wirklich richtig viel auf die Straße gebracht mit der Taskforce. Und da sind wir super stolz, auch dass wir hier sein dürfen und diese Taskforce und diese Erfolgsgeschichte vorstellen dürfen. Wie schafft die BASF ein Umfeld, in dem sich Betroffene sicher fühlen können? Also dieser Prozess, den wir entwickelt haben, der sieht vor, dass natürlich die Betroffenen mehrere Kanäle haben, an die sie sich wenden können. Es kann die Führungskraft sein, die jeweilige, weil man sich vielleicht dem lieber anvertraut als im Ermittlungsdienst oder einer Compliance-Abteilung. Das heißt, die Einfallstore sind relativ groß. Und wir haben jetzt einen wirklich fest etablierten Prozess entwickelt, der sich natürlich auch an die Bedürfnisse der Betroffenen anlehnt. Denn es gibt Betroffene, die möchten nicht, dass dieser Fall ermittelt wird. Die möchten, dass der in der Anonymisierung bleibt, dass es aber eine Beratungsleistung dahinter gibt. Aber sie möchten nicht, dass der publik wird und vielleicht sogar zu Strafverfolgungsbehörden übermittelt wird. Das heißt, das ist immer tailor-made, sage ich mal. Und das Wohl der Betroffenen steht uns hier auf jeden Fall im Fokus und im Vorfeld. Und wir müssen aber sagen, wir nehmen wirklich jeden Fall ernst. Und entgegen dem Mechanismus, den die meisten Unternehmen haben, eben nicht Strafanzeige zu erstatten, weil wir arbeitsrechtliche Konsequenzen natürlich implementiert haben, gehen wir den Weg jetzt immer öfter, dass wir neben den arbeitsrechtlichen Konsequenzen von Abmahnung bis zu fristlosen Kündigungen eben auch Strafanzeige erstatten. Aber es gibt natürlich auch die Angst bei Betroffenen, sich überhaupt zu melden. Und da ist für uns der Opferschutz ganz wichtig. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass das Unternehmen, die Mitarbeitenden erstmal verstehen, dass wir viele Fachstellen haben, die wirklich jetzt Hand in Hand zusammenarbeiten und wir wirklich alles dafür tun, dass die Personen, die den Mut haben, sich zu melden, dann auch wirklich geschützt werden. Das ist nicht immer einfach, aber das ist auch wieder eben sehr individuell. Und da muss man einfach dann schauen, damit das Verfahren des Meldens nicht auch noch eine traumatische Erfahrung ist. Weil die Belästigung als solches ist ja schon schwierig zu verarbeiten. Dann darf der Nachfolgeprozess nicht auch noch Schäden hinterlassen. Es darf quasi keine zweite Viktimisierung stattfinden. Also wenn man einmal Opfer geworden ist, dann ist das Letzte, was wir wollen, ist, dass die vielleicht in Befragungen oder Interviews oder konfrontativen Gesprächen mit Vorgesetzten nochmal in die Situation gebracht werden. Nicht nur nochmal erleben zu müssen, indem sie erzählen, sondern vielleicht auch noch irgendwie nicht adäquat behandelt zu werden. Im Vorfeld zur Taskforce gab es Fokusgruppen. Schildern Sie bitte die wichtigsten Erkenntnisse daraus. Ich glaube, die wichtigsten Erkenntnisse aus den Fokusgruppen, die wir gemacht haben, waren, dass das Thema noch viel häufiger vorkam, als uns bewusst war, weil einfach so viele Vorfälle gar nicht gemeldet wurden, weil man sich gar nicht sicher war, wo man sich melden sollte, weil man nicht sicher war, ist das was, was überhaupt meldenwert ist? Wird mir da überhaupt geholfen oder muss ich das nicht eigentlich ertragen, weil es einfach dazugehört und vielleicht bin ich ja nur empfindlich? Das andere Wichtige ist die Rolle der Führungskräfte, die tatsächlich auch nicht immer nur einen guten Job gemacht haben. Wir haben viele Führungskräfte, die das ganz toll gehandelt haben, aber wir haben auch Führungskräfte, die ganz natürlicherweise impulsiv einfach reagieren auf eine Erzählung. Ach du, das war doch gar nicht so gemeint, das war doch nur ein Witz, ist doch ein Kompliment. Und genau diese Bagatellisierung, die dann da stattfindet, hilft natürlich den Betroffenen überhaupt gar nicht. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch nochmal das Thema Führungskräfte, die im Zweifel dabei stehen, wenn ein Witz gemacht wird und selbst mitlachen. Das mag sein, dass die irgendwie so ein bisschen beschämt mitlachen, aber sie haben in dem Fall mitgelacht. Und das hilft der betroffenen Person überhaupt nicht, weil sie dann das Gefühl haben, oh, okay, zu der Führungskraft kann ich nicht gehen, die hat ja gelacht. Und deshalb war es auch so wichtig, dass wir unterschiedliche Stellen haben, an die man sich wenden kann. Der eine möchte sich lieber an die Führungskraft wenden, weil die kenne ich ja und der kann ich ja vertrauen. Die nächste sagt halt, ja, hat nicht reagiert. Und deshalb ist es wichtig, dass es dann auch nochmal andere Kanäle gibt, an die man sich wenden kann. Welche Empfehlungen haben Sie für andere Unternehmen, die sich dem Thema stärker widmen wollen? Also die BASF ist, um die erste Frage vielleicht zu beantworten, die BASF ist nicht alleine mit diesem Problem. Ich habe vorher auch in anderen Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, das Problem ist überall präsent. Und nicht nur in Wirtschaftsunternehmen, das gibt es in Sicherheitsbehörden, das gibt es im öffentlichen Raum, im privaten Raum. Es ist ein salonfähiges Phänomen, so möchte ich es mal sagen. Ich glaube, dass die BASF aber mittlerweile mit der Taskforce eine Art Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben uns natürlich mit vielen Wirtschaftsunternehmen ausgetauscht, auch mit Sicherheitsbehörden. Und ich glaube, in Bezug auf Wirtschaftsunternehmen ist die BASF schon einmalig mit dem Konzept, was wir jetzt gehen. Und vor allem einmalig damit, dass wir den Mut haben, damit extern auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Normalerweise redet man nicht gerne über Probleme, die vor der eigenen Haustür sozusagen stattfinden. Und deswegen sind wir dankbar, dass wir volle Unterstützung auch von unseren Unternehmenslenkern haben, die das Thema jetzt auch aufgegriffen haben und uns quasi den Spielplatz gegeben haben, dieses Thema so voranzutreiben, wie wir das tun. Und die Empfehlung wäre wirklich an alle draußen, nicht nur Wirtschaftsunternehmen, dieses Thema darf nicht dematisiert werden, es muss thematisiert werden, es muss angesprochen werden, es muss öffentlich gemacht werden. Und es muss irgendwie so aus diesem Dunkelfeld herausgehoben werden. Das ist uns super wichtig, dass wir darüber sprechen. Und das ist eben kein alter Hut. Manche verdrehen schon die Augen, wenn man dann sagt, wir reden über sexuelle Belästigung. Und dann sieht man schon, wie einige abschalten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, der Präventionstag steht hier unter der Headline Sicherheit im Wandel. Ich glaube, dass es hier bei dem Thema noch viel mehr Wandel geben muss. Ich glaube, was aber auch wichtig ist, also es gibt viele Unternehmen, die auch schon viel intern machen. Also das, was du gerade gesagt hast, dass wir nach außen gehen, dass wir es nach außen kommunizieren, ist wirklich anders. Und ich glaube auch, dass wir die Kommunikationskampagne verknüpfen mit weiteren Angeboten und das gleich von Anfang an. Das ist, glaube ich, was uns wirklich nochmal auszeichnet und auch einen anderen Weg einfach beschritten als andere Unternehmen. Und darüber, muss ich sagen, bin ich auch ganz froh, dass wir auch eben diese Zeit hatten, dass wir diese Fokusgruppen gemacht haben. Weil dieses Ins-Unternehmen reinzuhören hat uns letztendlich geholfen, das, was wir entwickelt haben, auch zielgenau zu entwickeln. Wir müssen da sicherlich auch nochmal nachschärfen. Das muss man auch sagen. Das ist ja jetzt nicht einmal gemacht und dann können wir uns jetzt hinsetzen und sagen, ach, alles ist gut. Aber ich glaube, wir haben einen anderen Startpunkt einfach gewählt. Wie gefällt Ihnen der 29. DPT bisher? Gefällt uns super gut. Wir haben heute Morgen schon und haben uns hier einige Sterne angeguckt. Natürlich enge Verbindungen logischerweise mit Sicherheitsbehörden. Da haben wir heute den Stand besucht von dem Landeskriminalamt in Baden-Württemberg. Wir sitzen heute noch mit einer Beamtin zusammen in einem Panel gleich. Da freuen wir uns auch super drauf auf das Thema, was wir hier gerade besprochen haben. Tolle Veranstaltungen, tolles Setting. Und wir freuen uns natürlich auch auf die Abendveranstaltungen, weil man dann nochmal mehr ins Netzwerken kommt. Und das ist super. Für mich war es ganz wichtig, dass ich mit den anderen Ausstellern nochmal ins Gespräch kommen konnte, um tatsächlich auch mich darauf vorzubereiten, was wir innerhalb der BASF jetzt auch in Bezug auf allgemeine Diskriminierung, Extremisierung, Rassismus machen können. Und da ist einfach schon so viel Vorarbeit geleistet worden von so vielen unterschiedlichen Stellen, von denen wir tatsächlich einfach lernen können. Und ich glaube, das ist das Schöne, dieser Austausch, Kontakte knüpfen und voneinander lernen. Das ist einfach toll. Vielen Dank für das Interview. Herzlichen Dank, Julia Finke und Esther Richter für diese ergänzenden Informationen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, weiterhin eine gute Sommerzeit. Lassen Sie es gut gehen und bleiben Sie zuversichtlich. Bis, wenn Sie mögen, zur nächsten Woche. Tschüss. Lassen Sie es gut gehen und bleiben Sie.